. Thema 1, 2, 3, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8. Oh, die sind gut. Und jetzt, der Hochschule, der auch die Mitwände erfolgt, Für die Doppelmess und den Stoff überwinden. Für Kay Humphreys und Melissa Ruffles! Sie stehen sich in der Mitte in die Niederstocks. War Herlauf groß genug, um Emma Myers-Taylor noch die Kohlsegalie wegzuschnappen? Drei Hundertstel. Der Vorsprung von Myers-Taylor aus drei Gold. Abklatschen mit den Fans. So toll das sei. Wir freuen uns auf Umarmungen. Und jetzt Eleanor Meyer-Taylor mit Terry Jones.